Ich habe da nicht so ein Gift gesehen, aber passt schon. Dieser Tunnel ist ein bisschen zu lang, ehrlich gesagt. Oh Gott, er hat vier. Und er hat Sandalen. Aber Sandalen lassen sich gut schneiden, wie man sieht. Äh, das war effektiv gegen Garderisk, keine Ahnung. Der Schneider war selber nicht. Miegerheb auch nicht so wirklich. Schaufler? Ich habe mich wenigstens noch irgendwann nicht angreift. Nee. Fuchtler, wie sieht es denn da bitte aus? Oh Gott, jetzt steckt es wild um sich. Das ist jetzt wohl mit Leben. Dann werde ich wieder totgeschlagen. Was soll die jetzt? Mach mal das gute, Alter. Den guten alten Knochen mal ran. Der hilft einfach immer. Der ist sehr, sehr gut. Kann ich empfehlen. Nee, Pinsir hat noch. Pinsir kann Attacken lernen. Was? Ist das erlaubt? Ich bin gerade verwirrt. Oh, wow. Fangen wir zu viel Schaden, Jungen. Fangen wir ein Stück zurück. Wuppe. Fangen wir zu zurück, dann. Fangen wir zu zurückfahren, habe ich gesagt. Und jetzt schon mal pient. Wie? Sieds so was? Die Weitentwünge von Rehorn, die wir vorhin erfahren haben. Was ich natürlich schon wusste. So, er hat nur Level 19, so stark kann ja nicht sein. Was ist denn jetzt schon? Ja, kommt wieder. Und regelt mal wieder. Aurora Stahl, beste Attacke. Nein, wir können Diablo 2 nicht normal spielen. So, Schluck habe ich schon. Tschüss. Da ist noch ein Trainer. Will ich den angreifen? Habe ich auch nichts schon. Weiß ich nicht mehr. Habe ich das vorhin gefangen? Nee, das kam ja. Tschüss. Sicher nur mal, bevor wir das jetzt reden. Bevor wir das jetzt reden. Bevor wir das anreden, damit er kämpft. Wie muss ich überhaupt speichern, wenn ich die Box wechseln muss? Was haben wir für ein System gebaut? Ah, Paras, das konnte nichts. Ja, sehr gut. Nein. Nicht die Scheiße. Okay, wir gehen, glaube ich, um den herum. Nein, die soll ich jetzt schon sagen. Das wollte ich nicht. Ah. Das ist wirklich scheiße. Das ist irgendwie kacke. Was? Ich hasse dich auch. Das sah aber wirklich gut aus. Sie werden die grundlegenden Fehler aber nicht behoben haben. Das ist doch einfach. Nein, nicht diese Schnapper-Scheiße schon wieder. Das ist doch auch gut aus. Das ist aber heute noch scheiße. So, können wir das vier jetzt endlich mal töten? Nein, nicht diese Schnapper-Scheiße schon wieder. Kann ich mal irgendwas treffen mit jemandem? Nein, nicht Schnapper. Ja, geil. Gehe ich gleich wieder laden? Ja, toll. Jetzt kann ich nichts mehr dagegen tun, weil der ein... Ach, komm schon. Wer hat sich gedacht, das ist eine gute Idee einzubauen? Na ja, ein anderes Pokémon? Nein, halt tot. Oder ebenfalls Polizist. Jetzt träff doch. Danke. Junge. Aber dafür bekommst du gerade mal 300 EP. Willst du mich verarschen? Ach, wir sind nicht mal effektiv jetzt. Jetzt komm schon. Nein. Bist du noch Polizist? Ja. Nein. Tue ich doch auf die Produkte Krieg, immer zuerst. Junge. Guck mal, gegen hier habe ich noch Schaden, ich weiß es nicht. Ah nein, es hat keine Wirkung mehr. Scheiße. Nein, er kann Genesung. Ich treffe natürlich nur 2x statt 10x wie KI. Ja, komm. Komm, jetzt kill das wie. Kill das. Du machst dich nicht geneser. Nein, gut, tschüss. Uff. Nee, äh, Quapsler, der Schaufler. Uff. Ich bezweifle auch kurz, dass das Remake von Diablo 2 irgendwas besser macht als das Original. Ja, so wie ich gelesen habe, habe es auch schon das Remake von Starcraft voll verkackt. Man wird zur Hölle kam auf die bescheuere Idee, man könne doch einfach nochmal, äh, Pinsel war das. Eine Wegfindung von Original Starcraft einbauen. Das ist das, was die Fans sich wünschen. Ne. Äh. Schlockblitz. eh. Glaub ich es Mockeno, Mockeno, damals gefangen und hab ich es gleich gekillt. na ist mir egal ich habe jetzt schon keine lust mehr auf diese kacke wobei habe ich schon ich will es auch nicht tauschen ehrlich gesagt ich kann in anderen worten grafik ist besser, der Rest ist immer noch scheiße Diablo 2 hat kein Problem mit der Grafik das hätte mir alles positive Diablo 2 gesagt was heißt der ich kann nicht davonlaufen Diablo 2 ist kein muss ich das scheiß Vieh killen, warum ach komm schon wie soll ich das Ding doch immer vor mir dran natürlich macht das noch einen Volltreffer und natürlich geht die Attacke jetzt daneben Junge ich war gerade erst heilen lass mich doch weg ach dieses nutzlose Golkin wer ist schuld dass ich das dabei habe ich hoffe er geht sterben ach komm schon ich war gerade erst heilen und kann mich jetzt schon wieder heilen gehen jetzt kommt mir das Vieh weg irgendwie können wir die mal alle ausrotten bitte niemand will ein Dodo die wurden zurecht ausgerottet niemand wollte die scheiße auf irgendwelche Eingriffe irgendwelche negativen Nebenwirkungen von Eingriffen in das Ökosystem ob uns sowas investiert wenn der Weg ist wird es platt gewalzt Ende die zukünftigen Generationen doch gucken wo sie bleiben wenn sie auch nicht früher geboren sind ich will dich nicht hab schon gefangen kann weg kann weg so mit ich habe ihn auch schon gefangen ich habe ihn auch schon gefangen jetzt sollte man hier mal ich weiß ich will ein bisschen Sicherung einbauen ich will ein bisschen Sicherung einbauen für Leute die hier einfach nur durchreisen wollen was soll ich mir jetzt Respekt zeigen ich bin gerade erst angekommen ich zeige Respekt ich versuche halt deine Pokémon zu töten in dieser dunklen Höhle nein Mittwoch spiele ich pen and paper such dir einen Job Junge ACHKOMM ACHKOMM äh Moin jetzt war das schon eben sehr aktiv wenn es kaum Schaden gemacht hat Die Schaufel ist sehr schön. Zöder ist bitte. Zöder? Danke. Nachtnebel. War Nachtnebel eine Attacke, die man brauchen kann? Hm. Oh, bestimmt nicht. Ist bestimmt Müll. Die Korpsel entwickelt sich. Ja, geil. Die Korpsel wurde zu Nidoqueen. Ja, geil. Was ist denn das jetzt? Nidoqueen. Status. Käferboden. Natürlich. Ich nehme an, das ist eine Endentwicklung. Habt sie das schon mal entwickelt? Ich weiß es nicht mehr. Gut, wir haben einen Nidoqueen. Hier ist halt wenigstens. Rion haben wir schon. Wir merken, wenn es Korpsel entwickelt sich zu Nidoqueen. Auch nicht du, da kann ich wieder nicht weglaufen. Natürlich benutzt sie zuerst Schaufler. Ich hasse dich auch. Ich hasse dich auch. Ich hasse dich auch. Sie quapsen schon, mein Dribbel. Ich weiß es gar nicht. Manchmal würde ich gerne schreien. Haha. Kannst mich nicht töten, wenn ich schon tot bin. Wie ist das Vieh noch eingegraben? Warum darf es das? Das kann doch nicht erlaubt sein. Weg da. Tschüss. Halt, da kann ich her. Da muss ich weiter. Ach, da unten ist ja nichts. Diese ganzen Sackgassen! Diese Verarsche hier die ganze Zeit. Fulcano habe ich schon. Da bin ich mir sicher, dass ich das schon habe. Ich hätte vielleicht doch lieber den Weg drum rum, den ich nicht nehmen kann. Der war jetzt sinnvoll. Jetzt müssen wir diese Kackhöhle nicht durch. Hallo Magneton. Sei effektiv gegen dich. Hätte ich es mal gemerkt, wüsste ich es noch. Hm, das schon mal nicht. Habe ich aber nicht gemerkt, deswegen... Eine Bodenattacke vielleicht. Da kommt nämlich Wasser aus dem Boden, deswegen ist das eine Bodenattacke. Das verwirrt mich, oder? Nee, das ist nicht öffnet. Konnte der Blitz eigentlich verwirren. Hm. Wie hieß gerade? Oder wechsle ich das mit... Nee, Donnerwelle war das. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Das ist effektiv. Jetzt bin ich wieder blind, oder? Nee. Oder ist eigentlich Blenden? Ich habe das Gefühl, die Hälfte der Sachen können ja entweder blenden, vergiften oder einschläfen, einfädigen, irgendeinen Scheiß. Irgendeinen Scheiß. Also, die KI. Hat damit ständig Erfolg? Du nicht. Das ist ja keine KI. Ja, das ist eigentlich die selbe Scheiße. So, was ist da unten? Hm, Dorus. Kann man die endlich mal ausrotten, bitte? Kann man die endlich mal ausrotten, bitte? Ja. Dich habe ich vorhin schon gefangen, oder? Ja. Außerdem habe ich dann eine normale Weiterentwicklung. Uff, uff, uff. Vielleicht hätte ich doch den Weg nehmen sollen. Da hätte ich zwar den ganzen Trainern ausweichen müssen, weil die glaube ich dann so ein bisschen übermächtig sind, aber... Hm. Dann kann man das Brenn schneiden. Man kann das Brenn schneiden. Mitweils hat mich nicht eingefroren. Muss ein Bug sein. Das muss ein Bug sein. Eisattacke und nicht einfrieren. Das gibt es gar nicht. Ich glaube, das ist gar nicht verlaubt. Eisgewibsel. Kann das nicht abstimmen? Ich weiß gar nicht. Nein. Hm, hm, hm. Vielleicht eine wirkliche Pflanze nochmal. Das wäre schön. Das war gut. Und... Ich gehe nicht nicht auf dem Weg.